Ich glaube, wir durchleben hier irgendwie ein Traum oder sowas. Also, hört sich für mich so ein bisschen danach an. Wie gesagt, so wie sie reden und alles. Was? Alter. Hör auf. Hey, Rummelplatz. Wie gesagt, einfach pausieren und dann selber lesen auf YouTube. Schade, dass das nicht auf Deutsch ist. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich mir... Was, was, was sind das? Was steht da? Put your balls in our mouth, to win a great prize. Naja. What the Jack. Ich frage mich, wofür ich die Taschenlampe aufgenommen habe. Es ist so hell hier. Ich will hier gar nicht sein, bin ich ganz ehrlich. Ich will hier gar nicht... Ich will hier gar nicht sein. Wieso steht hier einfach ein Tisch irgendwo mitten rum? Entschuldigung, ich ist irgendwie gerade frisch im Hals. Kommen wir jetzt hier wieder raus oder wie? Oder... Saving? Saving? Ich bin... Ich bin etwas verwirrt. Also, was es jetzt hier angeht, wo wir lang müssen, was ist denn hier? Schilder Cotton... Cotton Kent... 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 Candy oder so? Schilder Cotton... Schilder Pass. Wer hat das zu ihm gemacht? Hallo? Ich kann... Hüah, Alter! Hüah, 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 hüah. Hüah, hüah. Bist du mich gerarschen? Steht der einfach da rum? Alter. Hüah. Das war doch jetzt der, das war doch jetzt der Typ da in dem Kostüm, oder? Der da jetzt lag, oder? Ich will das gar nicht nachher sehen in der Webcam. Das ist so peinlich. Es ist, es ist, es geht gar nicht. Es ist so. Oh Gott. Ich will das gar nicht sehen. Guck mal, jetzt steht irgendwas auf dem Tisch. Hä? Es ist, warum spiele ich eigentlich sowas immer? Take Pills. Hä? Was? Was sind Ihre Pillen? Also. Wut? Alter, was? Was steht da? Some kids laugh and some kids cry, but mostly children simply die. Oh Gott. Alter. Boah, wie abgefahren das gerade ist. Das ist irgendwie. Komme ich hier? Hüah. Was ist denn hier? Hä? Was? Wo bin ich denn jetzt? Äh, was ist Ellen? Äh, ciao. Was ist denn? Äh, ich komme hier gar nicht raus. Forgive me, Callum. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Was ist das denn hier? Kann ich das anfassen? Oder wie abgefahren. Was? Ist das denn ein Auto? Hä? Warum muss ich hier lang jetzt? Äh, war ich doch schon, ne? Muss ich den umgehen vielleicht, irgendwie? Ich weiß es gar nicht. Ich, äh. Ne, komme ich gar nicht lang. Wo muss ich? Turn out. Ja, aber was soll ich denn machen? Was ist hier mit ihm hier? Alter, das ist so gruselig. Turn out. Ja, aber was soll ich denn turn out? Was soll ich denn machen? Öh. Erinnert mich ein bisschen an PT mit dem roten Licht und den Augen jetzt so ein bisschen. Hä, ist das der Teddybär? Nein. Erstmal drüber latschen. Vielleicht muss ich auch hier lang gehen. Ich weiß es gar nicht. Newspaper haben wir schon gelesen. Ah, ich glaube hier lang kommen wir. Und jetzt ist er weg. Natürlich. Weißt du, die ganze Zeit versperrt er uns den Weg. Und wir müssen eh hier lang. Warten. Humpelmann nicht. Was? Aua. 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 Ah, Alter. Ah. Ah. Bitte, bitte. Aua. Ahem. Ahem. Oh. Ahem. Der Park ist ein Collage von Contradictions all auf seine eigene. Millions von Menschen sterben jedes Jahr in car-crashen. Der Park hat kleine Auto-Casen, die speziell zu simulieren, um diese Aktion zu simulieren. Hier die Kinder grünen mit Freude. In der Sideshow Alli, du kannst du mit 15 Centern aus der Masse produzierten Chinese-Teddybeeren. while a grinning carny pockets your hard-earned five dollars. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her toothy grin and warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. This isn't a game, Callum! What are you scared of? Callum, where are you? All the breadcrumbs. Ich will da nicht rein. Also, ungefähr war das im grusel-Labyrinth. Äh, hallo? Äh, was? Huch! Also, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ladebildschirm, 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 Lading. Lading, 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 Lading. Hey, bei mir ist das ja witzig. Bei mir war es anders. Ich bin quer über den Park geflogen und dann, was? Und dann, was? Bei der Achterbahn gelandet. Musste dann wieder zurücklaufen. Okay. Merkwürdig. Merkwürdig. Oh nein. Oh mein Gott, ist das Arschdunkel hier. Ich, äh, ich will hier gar nicht sein. Nein. Was ist denn? Uh, aha, guck mal hier. Aha. So wie es aussieht, hat der Park anscheinend irgendwann geschlossen. Alter, ich kann das so gar nicht lesen, das ist so klein. Vorlaut lässt grüßen, ja. Stimmt. Hat ein bisschen Vorlaut-Charakter gerade. Boah. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh, Alter. Hör auf mit der Scheiße. Oh, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich im Grusel-Labyrinth rumgelaufen bin. Ich hatte aber keine Taschenlampe in der Hand. Möchtet ihr mal anmerken. Das sind wir. Sie sehen ziemlich fertig aus, muss ich sagen. Komische Hose hat's an. Na, wo guckst du denn hin? Mit. De, de. De, de, de. De, de. Mein eigener Spiegelbild habe ich mir jetzt erschrocken gerade. Ich gucke gar nicht erst in den Spiegel rein. Ich glaube, es ist am besten. Hallo, mein Freund. Ja, wie geht's dir so? Alles klar? Gut. Wie der vorhin so ein Wabern ist eben. Oh, vor allem muss ich auch weiterspielen. Auch beim Streamen dann jetzt. Was? Was? Wer atmet denn da so schwer? Also ich bin's nicht. Das ist reiner Kallmund, man weiß es ja nicht. Lasst mich. Lasst mich alle. Lasst mich alle. Hey, wo steht er denn? Muss er hier stehen, oder? Ich sehe dich. Und du kannst nichts dagegen tun. Lauf ich auch nicht richtig? Boah, ich habe Angst. Jeden Moment, du guckst in den Spiegel und auf einmal... Was war das? Guckst du in den Spiegel und jeden Moment steht da irgendwas hinter dir. Dann drehst du hier um und ist wieder weg. Dann guckst du in den Spiegel und ist wieder da. Dann drehst du hier um und ist wieder weg. Guckst du in den Spiegel und ist wieder da. Dann drehst du hier wieder um und auf einmal steht es hinter dir. Alter, das ist... Das wäre so mies. So mega mies. Geh ich mich jetzt lang? Ich bin mir... Ich bin mir... Ah, hier geht es eh nicht weiter, ne? Was? Da war doch grad... Ich will raus. 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 Ich will hier raus. Ich will raus. Ich gehe hier lang. Ich weiß gar nicht warum, ob ich richtig laufe. Ich bin mir... Gar nicht so... Hallo? Das ist, glaube ich, Sackgasse gewesen. Gehen wir mal woran. Alles lang. Hm. Schön. Ich guck nicht in den Spiegel. Nein, hau ab. Geh weg. Lass mich. Hm. 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 Ah. Alter. Alter, auch mit der Scheiße. Das ist so lächerlich. Eigentlich ist es... Eigentlich ist es lächerlich. Normalerweise muss man mit sowas rechnen, aber... Ich bin so ein Schisser. Nein, da gucke ich nicht rein. Ich, äh... Hm. Hallo, mein... Hallo, mein Freund. Ja, ja, du mich auch. Hm, hier. So. Ich bin total angespannt. Ich weiß gar nicht warum. Hm, warum muss ich sowas immer spielen? Meine Tür, die sich selbstständig öffnet. Gleich mal Patent anmelden. So. Also mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier drin sein würde, ne... Ich würde doch nicht einfach da die Tür lang gehen. Ich würde... Ich würde einfach wieder zu... Zurück gehen. Ich... Alter. Aua. Ah, heiß. Die Funken. Hör auf. Lass das. Pass auf. Wo kam der her? Hier ist nichts. Es ist ein Geist. Man weiß es nicht. Es ist jetzt so eine gemeine PT-Falle. Du gehst jetzt in den Keller und dann geht es wieder von vorne los. Ich glaube, sie hat irgendwas mit ihrem Sohn gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Ich gucke mich aus den kaltigen Körnern, während ich versucht habe, seinen Sohn zu lesen. Mein Vater hat mich kalt und hat mich verloren. Ich habe mich selbst an Callum gewonnen. Er hat die Dinge, die sie mir sagten. Es wird besser, wie sie sagten. Jeder Tag wird ein bisschen besser als das letzte. Ich bin in den Wald jetzt. Austen und Angst. Dinge haben nie mehr besser. Oh, kennt ihr die Rubrikwürfel noch? Ich glaube, da hat jeder von uns einmal damals gehabt. Boah, da hat man sich so die Zähne ausgebissen an dieses... Da singt irgendjemand. Marmen, bieden, my car. Okay. Ich hasse Puppen. Habe ich schon mal erwähnt? Ich hasse Puppen. Ich, äh... Ich muss... Warte mal, was war das? Milk, Cheese, Bread, Butter, Corn... Aha. Einkaufsliste. Ist doch zu. Küche. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Hähnchenschenkel, Wein, Eier, Äpfel, Wasser. Irgendwie eine gammelige Dose. Erinnert ein bisschen echt an Fallout jetzt gerade. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Komischerweise. Was haben wir hier? Einen alten Boiler. Sch... Schissfahrt am Bild. Was ist hier? Mit Lettern. Miss Mailert. SPS Mailer. Okay. Kann ich nicht ausmachen. So, jetzt gucken wir eine halbe Stunde da drauf. Ah! Entschuldigung. Musste ich mal ausprobieren. Ob es funktioniert hat. Müsste mal testen. Müsste mal immer schreiben. So. Okay, Alter. Das ist ja noch... Das ist ja noch mehr an der Krakelschrift. Die kann ich ja kommen lesen. Wie gesagt, für YouTube. Einfach pausieren an der Stelle. Und dann halt... Guck mal. Neun Uhr haben wir. Ich glaube... Nicht. Könnte einfach pausieren und selber lesen. Flash & Fango. Ich grüße dich. Und vielen Dank für den Follower. Du hast mich doch schon gefollert gehabt. Wieso denn schon wieder ein Follower? Huch. Was war das denn? Einfach, wie gesagt, kurz pausieren. Und selber durchlesen. Wer singt denn da im Hintergrund? Ich bin wieder... Alter. Habe ich das... Meine ich das nur? Oder werden die Schriften immer kleiner? Ich versuche die ganze Zeit zu entziffern. Was... Was... Ist es echt jetzt PT oder was? Na, im Vika. Wir kommen zur Let's Play Live schon. Zum Live-Let's Play von The Park. Es ist... Ich versuche die ganze Zeit zu entziffern. Was der am Singen ist da im Hintergrund. Aber... Ich verstehe es nicht. Okay, ist zu. Schön. Alter 25 Zuschauer. Seid ihr wahnsinnig? Willkommen zur Let's Play Live schon an einem neuen Zuschauer. Hey Teddy! Das sieht aber merkwürdig aus. Der hat so ein blaues Auge. Wer weiß, was sie mit dem gemacht haben. Was ist denn das? Hallo? Da steht Kellerm, ne oder? Da steht Kellerm, ne oder? Jetzt habe ich mir schon ein... Das ist ein blaues Auge. ...want out one day, over the hills and far away, Mother Duck said quack, 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 but no little ducks came back. I ran away, that took me. What? Ne, das habe ich mir schon irgendwie so ein bisschen gedacht. Was, stopp? Das habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass sie irgendwie so Depression oder irgendwie sowas hat. Und wir vielleicht gar nicht so das spielen, sondern irgendwie vielleicht in ihrem Kopf oder so. Muss noch mal die Einkaufsliste angucken beim Kühlschrank. Okay, warte, ich probiere es nochmal, warte. Habe ich da was, habe ich da was übersehen? Take the pills, follow up with the... was? All kinds Babysitter for Callum? Stand das vorher schon drauf? Ich weiß es gar nicht. Ich... Ich... Alter, diese Geräusche hier, ne? Oh Gott, ich habe jetzt schon Schiss vor Horror-VR. Ich werde so eingehen dabei. Ich werde so vergehen bei diesem Spiel beim Let's Play dann. Oh. Ich... Äh... Ich... Ja. Ja, PT-Tür. Das... Das ist voll abgeguckt. Kühlschrank, also... Mach die Tür auf! Hier ist dein Vermieter! Ja, mach die Tür auf! Klopf doch nicht von innen! Wenn, dann muss ich klopfen! Penner! Sind... Warte, stand schon drauf. Okay. Kühlschrank wird auch... Was? Dialekt? Was? Okay. ... Etwas Spoilt. Oh Gott. Oh Gott, das Bild will hilfe! Was wird hier noch passieren? Das läuft alles... Das Radion läuft rückwärts. Aber ich finde den Song rückwärts besser wie vorwärts, muss ich ganz ehrlich geschehen. Guck mal, Alter, boah, was. Die Beine im Auto, ey, das ist am Brennen, oh Gott. Was war das denn? Hier war doch gerade irgendwas oben am Bildschirmrand, oder? Hä, ich hab mich so umgedreht und dann... Okay. Na ja, gut. Guck mal, Kühlschrank, ne? Und die Tür ausprobieren? Okay. Einkaufsliste. Okay. Ticket to Atlantic Island Park. Ich will gar nicht... Ich mach die Kühlschrankt hinzu, ist, glaube ich, höflich. Da weint jemand. Ich will's gar nicht wissen. Ich hau ab hier. Ciao. Ciao. Okay, tschüss. Kann ich hier nicht einfach... Kann ich hier nicht einfach... Da sind unsere Pillen. Neun Uhr immer noch, oder kurz vor neun. Okay, der Vater... Was? Der Vater ist wohl... Als die Dame im dritten Monat schwanger war, in den Park bei Wartungsarbeiten runtergefallen. Okay. Ja, mit dieser Kranarbeit-Geschichte bei dem Autoscooter. Ich glaube, ja. Das hatte ich. Nein. 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 Kann ich die Tür wieder zubauen? Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich hasse Puppen, 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 ich hasse P Weil es ist schwarz und klopft an der Scheibe. Baby im Backofen. Okay, ich weiß, der ist mies. Aber was soll ich denn hier? Hallo? Oh Gott, schöner Puppen, ey. Geh weg mit der Scheiße. Höra! Höra, ich kann noch nicht rennen. Scheiße, scheiße. Vielleicht ist sie auch Schizofen, äh, wie soll ich denn immer noch mal? Nee, Schritzof, nee. Schizof, Schizof, ich weiß es nicht. Schizofrö, Schizofrö. Den nennen wir es noch mal, ich kriege es nicht mehr hin. Schizofrönen? Schizofrönen, glaube ich, ne? Vielleicht ist sie das. Und vielleicht ist sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in Behandlung oder so. Und hat vielleicht ihrem Sohn irgendwas angetan oder so. Oh Gott, das ist so... Weil sie mit ihr ganzen Leben nicht mehr klarkam. Hö, die Wände bluten. Die Wände bluten, die Wände bluten. Und, oh Gott, oh Gott, Wilken, 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 Wilken. Oh, das Baby im Backofen brennt. Alter, ich gucke... Oh, war Schuppling-Liste, guckend noch mal eben. Oh Gott. Baby im Backofen brennt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Warum spiele ich sowas immer? Es ist verdächtlich still geworden. Ich möchte das nur mal kurz anmerken. Wo sind wir denn jetzt? Die Geschichte sind wiederum und wiederum, und aus ihrer Formen, wir entwickeln unsere Verständnis des Welt. Zwei Kinder sind in den Bäumen. Sie sind für ein Zeitpunkt verloren, aber dann sind sie von einer alten Witch. Ein Kind geht weg in den Park Atlantik. Er wandert verloren für ein Zeitpunkt, bevor er seinen Weg in die Hälfte von einer alten Witch. In der älteste Version dieser Geschichte, die Mutter und die Witch waren die gleiche Person. Ich wollte niemals die Witch sein, aber ich bin, nicht wahr? Okay, sehr eng, was jetzt hier von der Mutter und die Hexe waren dieselbe Person. Sie wollte das niemals sein, also hat sie doch irgendwas gemacht. Oh Gott, ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen, was sie getan hat. Ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht legally sein. Ich will das gar nicht wissen. Es ist einfach raus, Bartlow. Hö, was? Eine Keimtür. Auf wunderliche Art und Weise öffnet die sich. Ich, ähm... Da ist aber ein Leck. Das muss ja mal der Klempner machen. Der Mario. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Calum. Calum. Calum! Calum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020